Und es geht weiter. Willkommen zum inzwischen dritten Part meines Let's Plays. Und heute gehen wir über zur DX Stage und dann zum Boss. Uns einfach mal kurz so halten. Man sieht schon ein Grafikfehler, ne? So, DX. Yeah! Oh Gott, dreht doch mal in die richtige Richtung. Und das. Nice! My boy! Die Musik ist doch richtig intensiv. Oh! Ah, cool. Bomb, bomb. Bomb, my boys! Boom. Man sieht schon noch irgendwie hier an dieser... Man sieht schon noch irgendwie hier am Roboter, dieses ganze Sticker. Hm. Ah! Geht doch. Auch gejuckt. Das ist aber eigentlich auch ganz einfach. Und jetzt wird es wahrscheinlich immer schwerer. Oh? Gott! Mal, es ist in eine Richtung mal in die andere. Ja, ich hatte das Gefühl, dass auch wir nach oben hin müssen. Wirklich! Die Richtung. Oh man. Noch durchgequetscht. Das eine weg. Das andere weg. Und dich auch weg. Yeah! Ja. Schon wieder weg. Oh, coole Musik. Oh. Spiegel. Cool. Bam. 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 Wide back action. Hm. Kannst du reflektieren? Ich weiß nicht, was für mich erinnert. Ich bin zurück, Baccaroo. Boom. Boah. Ich bin hier. Boom. 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 Weg. Durch. Oh. Inkompetenz bestätigt. Wieder einfacher bei dieser T-Pose einfach so schwebt. Also einfach sagen. Oh, Pommes. Was? Warte, ich will mal reflektieren. Right back at you. Geil. Obwohl, Stein klingt, auch gut. Yeah. Mein Gott. Was ist los mit dem Janschmar? Ich hätte Spiegel einfach sein lassen können. Aber nein, ich bin natürlich so inke. Nein, das ist auch cool. Nein, das ist auch cool. Bumm. Boah. Boah. Es ist ganz schön. Es ist eine ganz schön cooles Ability. Gott sei Dank. und ich bin das nicht diesmal eigentlich unnötig weil man eigentlich weiß nicht so schnell sind manchmal etwas kurz und mir schwert geht auch und wieder zu spiegel oder wir hatten schon einen spiegel und jetzt haben wir es wieder zurück also nehmen wir spiegel dankeschön habe ich denke ich brauche es kampf auf dem dach oder wie ich hatte recht killer blade 2.0 oh Ich bin mal Inkompetenz ist offiziell bestätigt Wow Bam Yeah Bitte mal, ihr könnt euch heute Sie für irgendwas brauchen Weiter oben kann das sein Nein, da ist nichts Ach, keine Ahnung Ich hab einfach so ein Instinkt dafür Ah, heute wird die doch nicht gebraucht Ich hab sie mir geholt Was für den Burger und das ganze Geld Und den Cocktube Und diese Stage Wird dann schon mal hier Abgeschlossen Yeah Komm schon Oh, yeah Full Yeah Wir haben Modifizierten Rettung gebracht Kann das los mit mir Na ja Na ja Mal sehen wir was anderes haben Candy D-D-D No Terranza Nice, you little bastard Tambourin Cool Night Ringel Pringle Ich nenne einfach Pringle Und Ihr wisst was es bedeutet Zeit für den Boss Mann Diese Musik Die zeigt dann so richtig Ihr Mann Gleich geht's ab Mal sehen Ist gut Aber nicht so gut Doktor Wow 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 Oh oh Bomber Boom Boom Oh oh Nice Oh 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 man Jetzt geht's ab Ah Cool Ich kann's aufspeichern Wirklich Nicht Bitte nicht Oh man Toll Egal Ah Nice Was Was jetzt Oh 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 Boys don't hurt me I'm so much Oh 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 So einen engen Platz natürlich hier zu kämpfen, das ist natürlich auch ziemlich mies. Oh oh. Oh na toll, ich hätte ihn kalt machen können. Oh na toll, oh na toll, oh na toll, oh na toll. Jetzt gebe ich das... Na toll, das war alles für nichts. Na jetzt haben wir ihn. Und... Ja, 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 ja. Ah, jetzt weiter Öl. Das ist ein bisschen Pisch. Na 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 na. Diagnostiziert mit Tod, yeah. Bom. Damit wäre sie. Erste Welt... Level... Keine Ahnung wie... Das ist ein Kippspiel im Level genannt. Uh... Resolution Road. Tetra Box und Casino. Ja, das ist wirklich Stadtleben. Und... You've destroyed... Destroy... The enemy banks unlock the path to the new area. Heißt der Mucke. Sollen wir diese Sets schon machen, oder? Ah, scheiß drauf. Wo wir ja schon Zeit haben. Wow. Geil. Cool. Oh oh. 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 I suck... Jet. Wow. Das war die... Das ist kinda Wombo-Combo. Das ist Wombo-Dumbo. Jos. Das war die Leute. Geil. tons hat mich zu пол. Wo lectern,га? Doch. Genau. Also Turns Cars � мат den constitu trailer... Ja. Bew zumal. Ja, dann haben wir schon mal durch, 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 durch. Oh, jetzt ist sie wieder weg. Lass dich einfach. Was tue ich eigentlich gerade? Boah, das wollte ich nicht, ich sauge ich, Kleiner. Geil, diese Explosion einfach. Aber die ganzen Häuser sind einfach Tetrapack mit Strohhalm als Schornstein. Ey, da bist du wieder. Yay. Absorb. Boah. Geil, Helikopter. Nice. Alter. Das ist der massivste Helikopter, der ich niemals gesehen habe. Und da ist er wieder weg. Na toll. Durch. Umbringen. Irgendeine Seite nehmen. Und. Code Cube. Yeah. Durch, durch und Free Fall. Yeah. Da ist er schon. Moment. Da hat er eben diese. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie kann das denn auch wohl? Ich frage lieber nicht. Egal. Jet oder Bombe. Wir haben heute schon ein Jet haben. Und zum Boss. Wow. Wow. Telepathos. Kombo. Boom. 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 War nicht richtig im Kerb. Oh oh. Oh oh. 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 Ja, wir zeigen ihm schnell hier wo die Haarke hängt. Oh. Geiler Finish. Einfach durch und durch gelassen. Is. P. Stimmt, der im Deutschen heißt ich auch Psycho. und auf die straße achten aufgeben holen den partieren und wieder weiter die ganze zeit weg wusste gar nicht ne batterie und sticker und es ist fast wie irgend so nachgemachter so eine art hier nachgemachter kinderfilm einfach überall hier autos mit augen oder irgendwie ich verstehe schon mal angesagt da geht es noch weiter natürlich das das war ich wie es nicht das war ja jetzt sind wir wieder raus es ist einfach burste kaputt zu machen warte vielleicht ist da hinten noch was und weg und weg ich war in den gesamten tag wirklich wirklich wecker bist du stolz drauf bist du stolz auf dass du mein party mit unterbrochen hast ich habe schon alles kommt gibt es haben zu gefahren ist noch ein dritter das wird dann schon mal geschafft ich habe ich verdient das nächste level über diese frage wenn es wahrscheinlich erst im nächsten part stellen ich denke das ist jetzt genug für heute also tschüss das ist das ist das ist das ist das ist